und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge landes kräfte so was habe ich mir heute ausbelegt wir werden die raketen basis bauen raketen basis jahre kippen war das heißt hat so einmal linken wir gucken mal habe ich dafür alles nein ich brauche dreimal titan ich werde mal die samen erstmal hier reinlegen fix notieren bd dann machen wir das erstmal alles da rein und ich machen wir da rein so wo bauen wir die raketen basis hin ich brauche dreimal titan drei mal titan 123 dass wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen ich würde mich so weit weg bauen lass mir die jetzt stellen ja gut hier geht es natürlich nicht erst klar das ist aber auch ein riesen teil der teil ein riesen teil das teil was klar nun kommt wer weiß was das ding an strom verballert sag mal hier suchen wir gerne wegen der wegen der in der treppe das ist jetzt doof müssen wir uns extra wirklich das ganz vor alles hin bauen müssen wir das da unten machen die dort nicht beim wasser kommt ich werde mal hier versuchen ein kleines bisschen dichter er auch ein bisschen dichter er noch 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 komm 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 ich stelle es hierhin ja ist klar wie viel strom brauchen wir denn jetzt hier okay knapp zehn da würde ich sagen reicht erst mal so ein ding hier ja bringt 19 eisen magnesium silizium silizium eisen manchmal licht an minion ja das war magnesium so und dann brauchen wir noch kobalt kobalt aluminium und dann müssen wir mal wahrscheinlich noch mal so ein kernkraftwerk dahin setzen so und dann gucken wir uns das teil mal an hier dann so und dann so und dann hier raketenplattform ach du ernst hat nicht astroiden anziehungsrakete bio labor okay dann würde ich sagen gucken wir mal nach dem bio labor was brauchen wir fürs bio labor bio drohen brauchen wir ja auch noch aber die energie ich glaube ich muss noch so ein ding bauen okay ich glaube das habe ich alles ich glaube ich muss erst noch mal so ein ding bauen im moment uran starb habe ich doch in der tisch er bin ich in der tisch uran starb ach der gott da brauchen wir ja neun stück oder warte mal wisst ihr was ich erst mal baue ich glaube ich werde das mal so und da geht ja gar nicht aus minimum haben wir ja gar nicht osmium haben wir ja gar nicht über den datter dazu ich sag mal okay also doch dings hier so haben wir noch dreimal legierung nein natürlich nicht nicht jetzt okay dann würde ich sagen müssen wir das herstellen gegen janes kobalt eisenmagnesium so kobalt 3 und eisen 3 weil wir müssen ja gleich einmal herstellen und silizium titan ja klar jetzt bin ich voll meine güte okay dann machen wir erst mal das essen raus so und silizium dreimal so einmal herstellen einmal herstellen einmal aluminium fehlt und einmal herstellen wir die so was wollte ich jetzt herstellen überhaupt oder den rest haben wir ja alles genau ich hätte man das denn herstellen titan titan ach quatsch ich wollte kernkraftwerk baum das ist viel wichtiger wasser wasser und ein uran starb ja tut mir leid geht nicht an es mein schönes uran aber wir brauchen unbedingt kernkraft weil alles andere bringt nichts so dann machen wir es mal das raus und ihr könnt auch raus oder brauchen wir die jetzt nein sommer wasser 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 dann nehmen uns zweimal eis mit stellen zweimal wasser her ups und einmal in kraft bd so und ich stelle mal hier daneben so jetzt können wir dieses teil bauen zusammen haben wir titan titan habe ich dann brauchen wir einmal dieses dann brauchen wir kobalt kobalt aluminium und wieder dreimal legierung ihr wisst ihr was ich mache ich werde durch die gegend fliegen ob da irgendwo noch was ist du gehst wieder raus ich muss mal ganz kurz noch durch die gegend fliegen weil das alles herstellen das ist ja ich finde ja ich finde blöde dass ich noch kein bohrer bauen kann ich muss unbedingt dieses dieses sag mal schnell dieses zeug finden na dieses zeug wird man da fehlt mensch ich kann man auf den namen nicht hier sagen wir schnell osmium gut so was brauche ich jetzt eis habe ich dann werde ich mir noch einmal eis an ich habe ja ich habe ja noch wasser da eh warte mal ich werde mir eis her ich werde dings herstellen so und einmal essen werde ich mir mitnehmen ich werde mir zweimal essen mitnehmen zur sicherheit und ich glaube für den sauberstoff werde ich mir mensch drüber gekehrt ok aber das kapital ist schon ok erstmal jetzt nicht das hat das muss warten so noch mal ganz kurz gucken ich habe essen zweimal trinken zweimal jetzt werde ich mir alles mitnehmen eisen eisen titan eisen titan silizium das werde ich mir jetzt mitnehmen und ich werde mir zwischendurch wenn ich länger unterwegs sein sollte eisen 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 genau zweimal titan weil ich länger unterwegs bin dann baue ich mir schnell so ein teil hier so das kann ich mir bauen das kann ich und einmal silizium na so jetzt kann ich mir das bauen und das bauen so wieso dann würde ich sagen warte mal ich werde einmal schon mal trinken und komm einmal essen dann nehme ich mir nämlich noch einmal essen mit so dann würde ich sagen ab die post ich werde noch mal ganz kurz hier drüben hinfliegen da war ja auch noch nicht alles raus wir müssen unbedingt wird mir den sauerstoff und in der kette kriegen hier naja bleibt da oben stehen bei 1,9 der strom schon wieder aus geht weiter wo ich dachte schon so gehen wir noch mal fix reich ich war ja hier war ja noch eine kiste ich fährt bei die kiste schnell wo war die wo war die dort nicht wo nicht da liegt sie noch mal schon reingucken was in der kiste drin ist okay nichts wichtiges erst mal so schnell rennenraumschiff schade dass man die trittwerke nicht auseinander bauen kann so es wird hier alles zerlegt ob man hier zerlegen kann jetzt mal hier um ecke ok hier war weiter gar nichts mehr wo komm jung laufen müssen schneller wir nehmen alles mit dann weiß ich dass ich gar nicht mehr reingehen muss denn ok da brauchen wir erst die zweite stufe hier sind noch zwei kisten drei kisten sogar wozu braucht man diese scheiß lappen ey wenn ich das wüsste jetzt bin ich wieder fast voll und nicht einmal legierung habe ich drin ich glaube ich habe dahinter was zerlegt wo kann das mit durch oder kann auch nicht sein dass ich jetzt hier nie wo diese scheiß legierung finde doch mal doch einmal da ist nichts ich muss sauerstoff nehmen nein ich habe keinen sauerstoff mit ich trottel wie komme ich denn jetzt hier raus ich will nicht sterben kann ich das hier hin bauen so wenigstens dat aber wisst ihr was kann ich eine kiste bauen ja dann werde ich erstmal dann habe ich wenigstens alles hier vorne essen nicht weil nämlich mit rein aber das nämlich so genau dann machen wir so dann brauchen wir beim nächsten mal bloß noch da zum zu der kiste komme ich jetzt hier durch einmal trinken das sieht sehr gut aus nein sind wir hier hinten auch fertig ok oh god hier geht es ja noch weiter hier waren wir doch auch ne naja hier waren wir doch auch schon ich wüsste was da reinkommt ich wüsste was da reinkommt ich wüsste was da reinkommt nö alle minuten ähm ok hier geht es nicht weiter dann würde ich sagen schnell mal nochmal nach vorne dann bauen wir da noch fix eine kiste hin dann holen wir den rest noch fix raus und dann ist dieses raumschiff mehr oder weniger abgeerntet sage ich mal na das war ja wieder so einmal sortieren so dann holen wir den rest noch fix und dann sind wir hier fertig so du kommst mit ja die taschenlampe hätten so rücken müssen größer machen können das licht hier so kann man ja kaum mal erkennen nein mal noch so viel meine güte ist hier viel überall und ich dachte was ich brauche so egal wie wenn egal wie wenn das trotzdem noch schnell leer machen echt jetzt kriegen wir gar nicht alles mit einmal mit so nochmal rein aber wisst ihr was ich glaube das ausräumen werde ich hier schneiden das müsste ja jetzt nicht die ganze zeit hier dieses hin und her das ist ja quatsch so mal abgesehen von den sachen die ich da gar nicht abbauen kann habe ich erstmal alles rausgeholt aus dem raumschiff jede kiste ich weiß ja nicht ob man sagt ob man die türen irgendwann nochmal auf kriegt da drin deswegen sagte ich ja gerade hauptsächlichste diese kisten werde ich auch mal ja jetzt habe ich natürlich alles mitgenommen um sauberstoff zu kriegen bei den anderen das muss ich mir nochmal eisen mitnehmen sag mal schnell das werde ich auch mal im offline modus wenn ich also wenn ich nicht aufnehmen werde ich das alles zur basis bringen einmal fliegen wir jetzt sind dann holen wir uns nochmal eisen führen und finden unterkunft dann fliegen wir da hätten noch mal hin ich hätte mir als beim rennen bei den letzten aufnahmen habe ich nämlich gesehen dass da noch eine goldene kiste war da sind wir dran vorbeigeflogen deswegen muss ich da noch mal ganz fixen so halt dann sortieren wir erstmal okay die legierung pack ich erstmal da unten rein die eine so aluminium kommt hier rein die chips kommen hier nach unten ich denke mal irgendwann werden wir die schon brauchen ich brauche ich brauche noch ein ding für die lappen noch mal runter so dann haben wir dreimal eisen das eisen kommt hier hin viermal eisen meine ich ach das brauchen wir gleich noch aber das hole ich dann nochmal neu so ihr kommt hier rein so jetzt muss ich noch mal gucken ich hab schon wieder vergessen eisen eisen titan dann mal ich glaube hierfür brauchen wir auch noch titan habe ich schon also brauche ich jetzt dreimal eisen eins zwei drei und einmal silizium so dann werde ich einmal trinken dann würde ich sagen ab die poste drüben hin in dem raumschiff müsste hier auch fertig gewesen sein ich hoffe dass ich die kiste wieder finde die ich da jetzt übersehen hatte ich weiß einer war ja hier oder sie den stein hier habe ich ja durch einen dummen zufall bloß hier und war das hier und da hatte ich die abgebaut das was rotes hatte ich die kiste jetzt abgebaut auch mensch gerne die ist weg und die andere wenn ich wüsste wo die noch gewesen ist jetzt im dunkeln sieht man sowieso nichts jetzt finde ich schon wieder diesen großen kranz nicht zu dem raumschiff wo ich hin wollte aber von da sind wir gekommen muss doch hier hinten irgendwo sein wir müssen unbedingt dieses osmium oder wie das heißt finden ooooh ach komm aluminium finden wir ach naja gut eigentlich hätte ich das nicht mitnehmen müssen er weiß wie viele diese goldenen gelben oder keine ahnung welche farbe das jetzt sein soll noch hier rumliegen wo ist denn das wo ist denn da mal dieser große kranz Was ist hier in der Hülle? Nö Komm an, ich dachte wir in der Hülle Ja, ich glaube hier unten werde ich mir auch mal so eine Basis bauen, so eine kleine Hier ist eine Kiste Nicht unbedingt was wertvolles drin, erstmal jedenfalls nicht für mich So, der Sauerstoff ist gleich zu Ende Da hätten liegen Teile, ne, war das da? Da ist noch eine Kiste Aber ich glaube, ich werde das mal das Teil hier bauen Sonst Nein Oh, sag mir jetzt nicht, dass einmal Titan fehlt Ich gehe am Stock Nein Oh Na, das wäre es ja jetzt gewesen Oh nein, habe ich einmal Titan vergessen